Herzlich Willkommen zu einem neuen Altcoin Update Video. Heute schauen wir uns Phantom, also FTM, etwas genauer an. War ein sehr, sehr großer und vielfacher Wunsch von euch. Deswegen dachte ich mir, okay, wir machen jetzt mal hier nochmal ein neues Update. Was hat sich hier spotmäßig getan? Also wo könnten wir theoretisch nochmal Spotkäufe nachtätigen? Wie sieht es auch möglicherweise kurzfristig aus mit den Trades? All das werden wir uns auf jeden Fall heute ein bisschen genauer anschauen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und auch mal zwischendurch ein paar Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung, außerdem gerne in die Kommentare unten reinschreiben, wenn ihr Bock habt auf weitere Altcommentare, dann schreibt sie unten in die Kommentare rein. Ich werde jeden nach und nach dann jetzt immer weiter abarbeiten, also scheut euch da nicht, auch eure kleinsten Coins mal reinzuschreiben, damit wir auch mal hier etwas Neues haben. Und wenn ihr das Ganze traden oder kaufen wollt, kann ich euch hier, wie gesagt, nur meine Partnerbörse BingX empfehlen, dort kriegt ihr auch momentan wieder ein paar Boni geschenkt. So, jetzt aber rein in die Analyse, momentan traden wir bei knapp 0,37 US-Dollar-Cent. Wir hatten hier einen sehr, sehr großen Anstieg gehabt, wenn wir uns das Prozentual mal ganz kurz angucken, von unserem Tief hier unten bei 17 US-Dollar-Cent bis nach oben hin hatten wir einen Anstieg von 232%, also schon relativ gut für die damalige Altcoin-Season. Und daraufhin gab es dann diese Korrektur Perfekter Hit ins Golden Pocket hier rein zwischen dem 0,618er und 0,65er mit auf Daily-Sicht hinterlassen. Also wir sind jetzt hier gerade auf dem Daily-Chart, haben wir einen größeren Wick hier unten noch hinterlassen. Den können wir uns mal ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil diese Zone auch noch sehr, sehr interessant werden könnte. Vor allem, weil wir hier vorher immer mal wieder in diesem Bereich zwischen 31 und 33 US-Dollar-Cent immer mal wieder Struggle hatten. Wenn wir diese Linie hier mal einfach mal in die Vergangenheit mitnehmen, sehen wir immer wieder, okay, Widerstand, Widerstand, dann hier als Support geflippt, Support, wir haben den Support verloren, wieder Widerstand, Widerstand und dann dieses Phänomenal Breakout hier nach oben Richtung 56 US-Dollar-Cent. Deswegen dieser Preisbereich auf jeden Fall hier unten, ich sage jetzt mal zwischen 33 und 31 US-Dollar-Cent, ist auf jeden Fall weiterhin eine sehr, sehr interessante Kaufzone. Wegen einerseits natürlich dem Golden Pocket, andererseits natürlich auch, weil wir in der Vergangenheit hier immer sehr viel Struggle hatten, beziehungsweise sehr viel Price Action in diesem Bereich. Das heißt, wer noch nicht irgendwie in Phantom drinnen ist und da unbedingt einsteigen möchte, natürlich macht euer eigenes Research, informiert euch über das Projekt etc. pp., wäre meine Idee, hier 33% in die Position reinzugehen. Warum 33%? Weil es für mich insgesamt hier nur drei Nachkaufmöglichkeiten gibt. Die eine wäre hier in diesem Preisbereich, wegen diesem WIC. Die zweite liegt hier unten, die liegt schon etwas länger, da sind wir damals nochmal eingestiegen, hier bei knapp 26 bis 24 US-Dollar-Cent. Das heißt, hier dann nochmal 33% rein in die Position und die letzte, wovon ich aber ehrlicherweise nicht mehr ausgehe, dass wir hier nochmal so tief runterkommen, weil wir hier eben diesen Preisbereich auch schon mehrmals abgearbeitet haben, der würde hier unten bei knapp 17,5 US-Dollar-Cent bis knapp 15 US-Dollar-Cent liegen. Also das sind die drei Preisbereiche, die man auf jeden Fall im Blick behalten sollte für mögliche Nachkäufe, beziehungsweise wenn man hier in dieses Projekt einsteigen möchte. Gehen wir mal in die kleineren Timefilms rein, schauen uns die ganze Struktur mal ein bisschen genauer an. Huch, das wollte ich nicht. Das nervt immer so ein bisschen mit diesem Zeichnen. Auf jeden Fall, die kleinere Struktur an. Wir haben hier in unserem Golden Pocket ja auch so einen kleinen WIC hinterlassen. Das Volumen hier unten muss man nicht mehr unbedingt abholen, weil ihr seht selber, da gab es kein richtiges Kaufvolumen, was hier in den Markt reingekommen ist. Seitdem eher so ein bisschen in diese Seitwärtsphase eben gefangen hin. Nach oben hin müssten wir hier unbedingt über diesen Pivot bei 39 US-Dollar-Cent kommen, weil wir da auch schon in den letzten Stunden immer wieder Struggle hatten, hier mal ein bisschen drüber zu kommen. Ob wir da wirklich drüber kommen, wird sich dann gesamtmarktlich erst einmal zeigen, weil wir bei Bitcoin auch momentan in einem starken Widerstandsbereich sind. Deswegen wäre das hier oben eher sogar nochmal ein kleiner Short-Entry. Na, so. Wäre das hier oben nochmal dieser kleine Short-Entry, bevor wir dann möglicherweise hier nochmal das Golden Pocket testen. Volumentechnisch ist es hier aber sehr, sehr schwer, nochmal richtige Preisbereiche zu finden, die wir abholen müssen, weil da müssen wir schon sehr, sehr weit in die Vergangenheit halten. Und dann kommen wir ja schon wieder in diesen 17 US-Dollar-Cent-Bereich, weil ihr seht hier unten das Volumen bei Phantom sehr, sehr schwach die letzten Wochen, also ohne richtig große Preisanstiege, beziehungsweise ohne richtige Volumenanstiege, die es hier momentan abzuholen gibt. Die größten Wicks, die wir hier noch haben, die liegen hier alle knapp unter dieser 30 US-Dollar-Cent-Hürde. Das heißt für mich grundsätzlich würde ich hier oben erstmal das im Bereich des Shorts in Betracht ziehen und dann hier unten im Golden Pocket nochmal die Möglichkeit eines Longs, dass wir hier den potenziellen ersten Mal Boden finden sollten, bevor wir dann möglicherweise nochmal einen Preiseinstieg sehen. Wie hoch kann dieser Preiseinstieg aussehen? Dafür auch wieder FIP-Level von unserem Hoch zu unserem Tiefziehen. Dann sehen wir, okay, die nächste Hürde würde hier oben bei 46 bis 47 US-Dollar-Cent liegen. Das wäre auch der nächste Pivot für diesen Monat. Dafür muss aber dann, wie gesagt, erstmal der normale Pivot bei knapp 39 US-Dollar-Cent durchbrochen werden. Das heißt derzeit eher ein bisschen shortlastig eingestellt, bin ich aber gesamtmarktlich sowieso. Nächste Long-Möglichkeit für mich hier wäre dann im Golden Pocket mit eben diesem kleinen Wig und dann diese Position eben hier mit ins Golden Pocket mitnehmen, bevor wir dann möglicherweise nochmal den letzten Abverkauf in Richtung 25 US-Dollar-Cent sehen. So, jetzt nochmal übergeordnet auf den Chart eingehen. Auf Daily-Sicht müssen wir aber auch bei Phantom dazu sagen, wir haben noch keinen Strukturwechsel gesamtmarktlich gesehen. Wir haben hier eine riesige Seitwärtsphase, welche Zeit, wenn wir uns das mal angucken, Mai 2022 beginnt. Deswegen auch diese blaue Linie da oben. Theoretisch ist das hier alles eine riesige Akkumulationsphase. Ihr kennt das von einem Chainlink-Video, was ich damals gemacht habe. Auch Chainlink ewig lange, ich glaube eineinhalb Jahre, auch in dieser Seitwärtsphase gewesen, bevor wir dann nach oben hin ausgebrochen sind. Nur, dass man hier auch fairerweise sagen muss, dass ich hier diese Preisziele utopisch halte, dass wir hier die gleichen Preisanstiege wie bei Chainlink sehen werden. Aber wenn wir uns das mal angucken sollten, sollten wir nur das Golden Pocket und das ist ja bei Coins, die schon mal einen Bullrun hatten, ist es für mich momentan eher so das Maximum, was ich erwarte, dass wir auch hier nochmal die Möglichkeit hätten auf einen 500% Preiseinstieg. Sollte Phantom liefern und Anwendungen finden etc. pp, dann für mich nächstes Ziel des 1.618, dann wären wir hier aber schon bei 5,55 Dollar und einem Preisanstieg von 1.400%. Gehe ich derzeit nicht davon aus, für mich ist momentan bei sehr, sehr vielen Coins das Golden Pocket erst einmal das Maximum, deswegen lieber mal ein bisschen tiefer stapeln, bevor man hier ja 1000%, 2000% Prognosen oder sonst was aufstellen und am Ende kommt das nicht so. Deswegen hier etwas pessimistischer, könnt gerne mal unten reinschreiben, ob ihr schon im Phantom investiert seid, wie ihr vorgeht, würdet ihr da unten nochmal kaufen oder sagt ihr, naja, mittlerweile bin ich da schon wieder raus. Schreibt es unten gerne in die Kommentare rein, natürlich auch eure weiteren Altcoin-Wünsche, dann schauen wir uns das nach und nach an. Ansonsten würde ich sagen, war es das auf jeden Fall von meiner Seite, wir hören uns dann zum nächsten Altcoin-Update-Video wieder. Ansonsten schönen Tag, bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.